Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd-Nachden-Ticket und heute habe ich auch das Spiel Shop Titans. Ich werde erstmal starten, folgt rein und ein bisschen warten. Level 20, ja. So, wir werden heute wieder machen, die ganzen Tagesziele erfüllen. Und, äh, warten. Plaudern, zuschlag, verkaufen, reich. Plaudern, zuschlag, verkaufen, nicht reich. Müssen wir einmal hier Lohner füttern, aussäen. Oh, ich habe eine Kuh freigeschaltet. Nein. Kostellos füttern. Hm, gut. Abgeschlossen. Okay. Kapazität. Verbessern. Oh. 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 Oh, was verkauft da? Verkaufen. Oh. Oh, was hole ich da? Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Puffer hier. Schön. Dann machen wir erstmal hier die ganzen Mützen. Was haben wir hier noch? Kostenlos drehen. Wie oft darf ich? Einmal, ne? Ich glaube nur einmal. Wenn 2, würde er durch eine 2 stehen. 3. Und 3. Ah ne, da geht's noch. Noch mal 3. Ja, super. 3 Kirchen. Briefkasten. Blau-9-Zumschlag verkaufen. Abholen. Jetzt. Warten. Blau-9-Zumschlag. Verkaufen. Blau-9-Zumschlag. Verkaufen. Blau-9-Zumschlag. Verkaufen. Fertig. Verkaufen. Bitteschön. Verkaufen. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Stadt rein. Und dann müssen wir unsere Abenteurer los schicken. Sammeln. Sammeln. Und das. Sammeln. Drei Queste kann ich machen. So, dann schau mal. Hier habe ich 43 von, 45 von. Dann nehmen wir den hier. Der ist am wenigsten. Warte, wir fangen erst mit dem Boss. Da kann hier alles drin sein. Mittel. Schwer geht nicht. Mittel aber. Und. Ich habe nur die zwei. Ich brauche noch. Oh. Dann machen wir nur leicht. Nein. Nimm mal einen leichten Boss. Charakter. Optimieren. Gibt es nichts zu optimieren. Und hier. Da. Oh, da. Dann haben wir eine Rüstung. Da gibt es auch nichts. Der hat noch einen Zauberspruch gekriegt. Die beiden sind lieber auf Jagd. Geht nichts zu optimieren. Gut. Die Champions kann ich wieso nicht optimieren. Dann. Jetzt habe ich auf einmal noch einen Champion Fry. Lilloo. Waren wir den Kran nicht dabei gewesen. Ah. Dann schicke ich es mal alleine da hin. Das geht auch noch. Gut. 1 Stunde 28. Oh. Oh yeah. Mein Gen-Kamera. Und ich. Subi. Unsere Stadt. Stell mich ein. Kostet Geld. Nein danke. Ah. Investieren. Investieren. Oh. Das muss bis 90. Das kann ich gucken wie teuer das wird. Oh ja. Und bei der hier. Ist die vielleicht preiswerter. Ne. Auch nicht wirklich. Dann gehen wir zum Laden zurück. Schauen was wir hier alles schönes verkaufen können. Okay. Ich mache ja immer Leder. Steine. Gibt es nichts grünes mehr. Oh. Lederstein habe ich. Holz und grün fehlt mir noch. Really. Oh ja. Oh ja. Was ist das eine Rechte? Oh ja. Oh ja. Das ist eine Rechte? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Gibt's nix mehr. Die einzelnen habe ich schon fertig. Ledersteine, Holz. Und Grün. Was willst du haben, König? Oh, weia. Ist doch schwer. Eine Minze mit Dingens. Also ich krieg da auf einmal ein Niveau raus, Niveau 1. Ne, kein Niveau 1. Das kann ich schon. Also Niveau 1 rauszukriegen, kann immer ein bisschen dauern. Achso, ich probiere, wie immer an Anfang, das Schwein vollzukriegen. Ähm, das ist sozusagen immer die... Ah, da. Sammeln. Einverkaufen. Das ist sozusagen immer die Tagesquest für mich. Das Schwein, das kann man sich angucken. Hier war ein Sparschwein. Ich habe heute 46% schon. Oh, schön. Fortschauen. Okay. Sammeln. Noch eine Aufgabe gelöst. Hier soll noch ein extra... Ach, das ist ja noch gut hier. Das hierhaut... Komm, komm mal! Das ist ja noch gut. Die-güste. 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 De, die-güste. 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 Die-and-güste. Die-güste. Die-güste. ich muss erst herstellen laufen gerade schon schon ja, komm, schneller die beim warten Schiene Katze, oder? Ach, die guckt sich die Blumen an Warte dafür, dass ich länger gewartet habe, ich müsste mehr bezahlen was will er haben Oh, die Speere aufstocken acht Stück habe ich, einer fehlt noch auch, war es der oder der? Jagdschneiders verladen, aber nicht 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 So, jetzt kommt die Münze drin, der heiße Tee, der Ring. Ein Geschenk für mich, was ist drin, 100.000, keine 100.000, so ein Mist. Plaudern, Zuschlag, Verkaufen, Plaudern, Zuschlag, Verkaufen. Meine Nase juckt in letzter Zeit. Was kann das nur sein? Ach so, noch den nächsten Ring. Kätzchen. Ah, Verkaufen. Wie kommt man hier in den Spiel so Geld, ich weiß nicht. Ich hab, oh, gleich 200.000. Warte mal, 200.000 wollte ich was machen. Ich weiß es leider nicht mehr, ich hab's vergessen. Oh, was war das? Ja, meine Tagesquest ist erfüllt. Yippie. Aber was wollte ich jetzt nochmal machen? Was war das gewesen? Was den Charakter kaufen? Oder war das Erweiterung? Ne, das war eine Million. Zurück. Fertig. Nein, nicht da. Wir können uns mal den Boden anschauen. Na, den hab ich neu gekriegt. Ne, fällt mir nicht. Der Hund sieht zwar nicht so gut aus. Sieht so ein bisschen kaputt aus. Aber passt schon. In der Stadt gehen. Was denn nur ein Charakter kaufen war? Ich glaube ich wollte nur ein Charakter kaufen. Charakter. Ein Helden. Ich habe zwei Magier. Zwei Krieger. Ich wollte jetzt noch einen neuen Held. Einen Schurken holen. Als Wanderer. Warte mal, was ist mein einer Schurke? Das, der Schurk ist ein Dieb. Genau. Schurke als Wanderer. Wo ich ja gerne wandern gehe. In letzter Zeit besonders viel. Ah, das war 250. 250. Na gut. Dann habe ich jetzt so noch... Ah. Da ist noch zwei Stunden arbeiten. Damit ich mir Sachen lagern kann. Ich kann ihn jetzt lagern. 138. Komm, den Verkauf mal nochmal. Und dann zeige ich das, was ich heute... Ja, da drauf bin. Bereit. Mal schnell was produzieren. Warte mal, bis der Laden leer ist. Das, komm. Wenn du aus bist, haben wir geschlossen. Gut. Und beenden wir das Spiel. Dann sage ich danke für die Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das Ticket abholen. Ich wollte gerade sagen, warum Punch Man der ist. Aber... Ist kein Rotomangel. Na gut. Dann sagen wir mal. Bis dahin. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.